Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Käuflein, sehr geehrter Herr Jung, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. Splett, sehr geehrter Herr Minister AD von Trotha, sehr geehrter Bundestagsabgeordneter Herr Wellenreuther, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Salomon, sehr geehrte Stadträte Haug, Heum, Dr. Ledig, Pinter und See, sehr geehrter Herr Dr. Fischer, liebe Frau Kollegin Robertson von Trotha, sehr geehrte Referentinnen und Referenten des Veranstaltungswochenendes aus aller Welt, liebe internationale Gäste, liebe Gäste aus Karlsruhe und Umgebung, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie im Namen des Präsidiums des Karlsruher Instituts für Technologie zum Auftakt der 22. Karlsruher Gespräche. Eine besondere Ehre ist es mir, den heutigen Festredner am KIT willkommen zu heißen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Leo Hollis. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Festvortrag, den Sie mit dem Titel versehen haben. Wem gehört die Smart City? Die Vernetzte Stadt als Bedrohung der Demokratie und mit dem Sie sich damit sehr direkt mit dem Thema der diesjährigen Karlsruher Gespräche auseinandersetzen. Sehr gerne hätte ich heute Abend auch Herrn Dr. Axel Nawrat, den Vorsitzenden des Vorstands der L-Bank, persönlich begrüßt. Er ist aber heute Abend leider dringend verhindert. Im Namen des Präsidiums des KIT möchte ich der L-Bank für die diesjährige Förderung der Karlsruher Gespräche einen ganz besonderen Dank aussprechen. Ja, genau. Es ist sicherlich nicht zu viel versprochen, wenn ich behaupte, dass ein spannender Abend und zwei ebenso spannende Tage vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Karlsruher Gespräche liegen. Denn Frau Professor Robertson von Trotha und das Team des Zentrums für angewandte Kulturwissenschaft haben, wie so oft schon in dieser langjährigen Veranstaltungsreihe, wieder einmal ihr ausgezeichnetes Gespür bewiesen für die Auswahl eines aktuellen Themas, das Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen bewegt. Im vergangenen Jahr behandelten die Karlsruher Gespräche das Thema, die pluralistische Gesellschaft und ihre Feinde und begaben sich damit auf die Spur der Positionen, die alte und neue Feinde der heterogenen, pluralistischen, offenen Gesellschaft gegenüber einnehmen. Auch bei den diesjährigen Karlsruher Gesprächen dürfen Sie sich wieder auf kontroverse Diskussionen mit internationalen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis freuen. In den drei Tagen der Veranstaltung wird die künstlich intelligente Stadt mit ihren soziologischen, politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen und Herausforderungen betrachtet werden. Welche Wege es gibt, wie gesellschaftliche Trends und Entwicklungen frühzeitig, aber auch nachhaltig in die Planungsprozesse von Städten aufgenommen werden können. Diese und weitere zentrale Fragen werden im Rahmen der Karlsruher Gespräche eine Rolle spielen. Woran ist eine künstlich intelligente Stadt überhaupt zu erkennen? Interessanterweise in erster Linie nicht am Stadtbild. Die äußere Anmutung einer Stadt wandelt sich unter Umständen kaum, während gleichzeitig technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen das Zusammenleben in einer Stadt verändern. Ein ganz profanes Beispiel für eine solche unsichtbare Innovation in Karlsruhe ist die Integration des Funknetzwerkes KA-WLAN und des Campus-WLANs auf dem Campus Süd des KIT. Hier wurden Infrastrukturen gegenseitig geöffnet und werden genutzt. Die Systeme sind barrierefrei miteinander verbunden. Das ist aus Karlsruhe nach wenigen Jahren schon nicht mehr wegzudenken und ein unsichtbares, aber wirkungsvolles Beispiel für die zahlreichen Wechselwirkungen des KIT mit der Stadt Karlsruhe, mit der die Forschungsuniversität allein schon aufgrund der privilegierten Innenstadtlage des Campus Süd auf vielfältige Weise verknüpft ist. Das Karlsruhe-Institut für Technologie hat mit seinen mehr als 25.000 Studierenden und 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielerlei Hinsicht selbst die Eigenschaften einer mittelgroßen Stadt. Wenn die Angehörigen des KIT seine Einwohnerinnen und Einwohner wären, wäre die Forschungsuniversität eine weitere Stadt in Baden-Württemberg, die sich rein zahlenmäßig auf dem Niveau von Sinsheim, Backnam oder Kehl bewegt. Die Menschen, die täglich am KIT ein- und ausgehen, nutzen zahlreiche Infrastrukturangebote. Den Hörsaal, in dem sie gerade sitzen, das KIT-Shuttle, das sie vom Campus Süd in der Karlsruhe-Innenstadt zum 11 Kilometer nördlich gelegenen Campus Nord fährt. Die KIT-Bibliothek, die Mensa, das WLAN, das alles umfasst. Und natürlich haben auch bei uns Hard- und Software-Systeme Einzug gehalten, mit denen Lehrveranstaltungen und Prüfungen gemanagt werden, Zugänge zu physikalischen und virtuellen Räumen erlaubt oder verwehrt werden, Bücher entliehen werden, auch nachts um drei und ganz ohne Kontakt zu Bibliothekspersonal und das seit mittlerweile zehn Jahren und vieles andere mehr. Nicht weiter verwunderlich also, dass wir uns viele Fragen hinsichtlich der Weiterentwicklung von Städten auch auf unserem Campus stellen. Und auch hier stellen sich viele Fragen. Ist Digitalisierung von Geschäftsprozessen an und an für sich smart? Welche Daten fallen dabei an? Wie sorgen wir für Informationssicherheit? Wie stellen wir sicher, dass das, was wir einführen, von den Menschen angenommen wird und dass die Technologien, von denen wir uns abhängig machen, sicher und nachhaltig betrieben werden können? Alle unsere Aufgaben, ob in Lehre, Forschung, Innovation oder Administration, sind mittlerweile vom digitalen Arbeitsraum durchdrungen. Das KIT baut derzeit ein Digital Office auf, das die Digitalisierung sowie die Fortentwicklung der Gesamtarchitektur hinsichtlich der Informationsverarbeitung und Versorgung am KIT unterstützt. Vergleichbare Konzepte sind sicherlich auch in der Stadt gefordert, wenn es etwa um die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und ihrer Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger geht. Der Anspruch des KIT ist es, zur Erforschung, Entwicklung und Planung der Stadt der Zukunft in allen wesentlichen Aspekten beizutragen. Dabei sind unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Lage, Natur- und Ingenieurwissenschaftlicher mit Sozial- und Geisteswissenschaftlicher sowie planender und gestaltender Expertise zu verbinden und somit mit einem ganzheitlichen Ansatz alle Funktionen und Lebensbereiche einer Stadt zu untersuchen. Das KIT stellt damit Orientierungs- und Handlungswissen für gesellschaftliche Akteure und Entscheidungsträger auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene zur Verfügung. In einer Stadt, die zunehmend smart wird, in der also intelligente Häuser vorhanden sind, die Beleuchtung und Heizung regeln und Haushaltsgeräte miteinander sprechen, entstehen jede Menge neuer Daten und Informationen über die Bewohnerinnen und Bewohner. Wie angesichts der neuen Möglichkeiten als die Privatheit der Nutzer gewährleistet werden kann, untersucht eine Forschungsgruppe um Professorin Maria Zitterbart am Institut für Telematik. Sehr sichtbar in der Karlsruher Oststadt ist das Forschungs- und Entwicklungsprojekt Quartier Zukunft, ein Reallabor, das ein ganzes Stadtquartier und seine Menschen mitmachen möchte für die Zukunft. Gefragt wird, wie können wir heute und morgen in der Stadt gut leben und dabei mit Welt, Umwelt und auf Nachwelt achten. Dabei soll das, was ist, nicht großflächig neu gemacht, sondern im Miteinander von Bürgerschaft, Wissenschaft, Politik und Privatwirtschaft behutsam umgewandelt werden. Als Universität verfolgen wir den Anspruch, unsere Studierenden durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium nicht nur fachlich exzellent auszubilden, sondern sie auch auf verantwortungsvolle Aufgaben Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vorzubereiten. Dazu gehört auch, den Lebensraum stadtaktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für große gesellschaftlichen Fragen nur im Dialog mit der Gesellschaft Antworten finden können. Da ist es meiner Ansicht nach sehr wichtig, dass Wissenschaft und Gesellschaft immer wieder miteinander ins Gespräch kommen. Die Karlsruhe Gespräche bieten ein Forum, in dem unterschiedlichste Themen aus vielen Perspektiven diskutiert und betrachtet werden können. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei Ihnen, Frau Robertson von Trotha, für die Konzeption und die wissenschaftliche Leitung dieser Veranstaltungsreihe, die uns solche Dialoge ermöglicht. Ich danke Frau Christine Melcher für die Veranstaltungsorganisation, Frau Anna Moosmüller für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem gesamten ZAK-Team, das mit seiner wertvollen Arbeit jährlich die Karlsruhe Gespräche auf die Beine stellt und übrigens über das ganze Jahr verteilt auch zahlreiche weitere interessante Veranstaltungen anbietet, die ich Ihnen wärmstens empfehle. Vielen Dank auch an die Unterstützer der 22. Karlsruhe Gespräche. Den diesjährigen Sponsor L-Bank hatte ich bereits erwähnt. Unter den zahlreichen weiteren Partnern möchte ich an dieser Stelle die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe hervorheben, die durch die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten morgen einen wichtigen Beitrag leistet. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen allen heute Abend und auch bei dem am Wochenende folgenden Programm viele spannende Anregungen. Vielen Dank. Ja, Professor Wanner, verehrte, schon namentlich genannte Ehrengäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen heute Abend hier im Audimax des KIT von mir namens der Stadt Karlsruhe. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass die Stadt Karlsruhe sich freut, dass wir dieses Veranstaltungsformat der Karlsruher Gespräche haben. Seit 1997 jedes Jahr immer ganz aktuelle, ganz spannende Themen und dafür sind wir einfach dankbar. Heute geht es, Sie haben es schon mehrfach gehört, um das Thema der künstlich intelligenten Stadt. Welche Chancen, welche Risiken gehen mit einer künstlich intelligenten Stadt einher? Was ist überhaupt Intelligenz? Was ist künstliche Intelligenz? Was ist eine smarte Stadt? Was ist eine künstlich intelligente Stadt überhaupt? Wie sieht eine solche Stadt aus? Diese und andere Fragen wurden Karlsruherinnen und Karlsruher gestellt und daraus wurde ein Filmbeitrag erstellt. Den Filmbeitrag werden wir im Laufe des Abends sehen und hören. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten der Karlsruherinnen und Karlsruher, was denn eigentlich eine künstlich intelligente, eine smarte Stadt ist. Hier in Karlsruhe haben wir, und das ist eine gute Voraussetzung für ein solches Veranstaltungsformat, eine sehr breite Hochschullandschaft mit dem KIT an der Spitze. Wir haben andere Forschungseinrichtungen, wir haben Wirtschaftsunternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind. Und das ist eine gute Plattform, nicht nur für dieses Gesprächsformat, sondern überhaupt dafür, dass wir uns in Karlsruhe mit diesem Thema der künstlich intelligenten, der digitalen, der smarten Stadt beschäftigen. Warum will man überhaupt eine intelligente Stadt? Man kann es vernünftigerweise nur wollen, wenn es einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger bietet. Sie, Prof. Banner, haben schon eine ganze Reihe von Aktivitäten hier in unserer Stadt genannt, die zu diesem Themenfeld passen. Lassen Sie mich ganz wenige Ergänzungen vornehmen. Die Stadt Karlsruhe gehört zu den ersten Städten, die ein eigenes Amt für Digitalisierung und Informationstechnologie ins Leben gerufen haben. Ich bin stolz darauf, dass es in meinem Dezernat, in meinem Ressort ist. Wir haben eine Initiative der Karlsruher Wirtschaftsförderung, Smarter City Karlsruhe. Da ist ein ganzes Netzwerk hier entstanden. Es gibt ein Wissenschaftsbüro hier in Karlsruhe. Es gibt in Karlsruhe ein Cyberforum. All das ist in Karlsruhe sehr, sehr gut vernetzt und kooperiert und passt hierher zu diesem Thema. Zu diesem Thema passt auch, dass wir in Karlsruhe den Zuschlag bekommen haben, 2016, für ein Testfeld für autonomes Fahren. Auch das hat etwas mit künstlicher Intelligenz, mit einer künstlich-intelligenten Stadt zu tun. Die Visionen, was eine künstlich-intelligente Stadt ist, die natürlich noch sehr kühn über das, was wir schon haben, hinaus. Und wir wollen heute Abend fragen, was sind die Chancen, was sind die Risiken einer solchen künstlich-intelligenten Stadt? Alle Bereiche, das sagt man so leicht, aber es stimmt tatsächlich, alle Bereiche unseres Lebens werden sich durch die Digitalisierung verändern. Das sagen Politiker gern, das eignet sich für Begrüßungsreden dieser Art, aber es stimmt tatsächlich, alle Bereiche werden sich verändern. Die Stadt der Zukunft wird aufgrund der Digitalisierung ganz anders aussehen. Und noch einmal, wir machen das nicht oder wir sollten es nicht machen, weil es Selbstzweck ist, sondern wir sollten es machen, weil es einen Mehrwert bietet. Und deswegen braucht es, das ist meine These, deswegen braucht es eine Abschätzung der Folgen. Wir müssen versuchen zu prognostizieren, was sind die Folgen für die Bürgerinnen und Bürger einer solchen künstlich-intelligenten Stadt. Was sind die Folgen? Diese Folgen zu benennen, das ist Sache der Expertinnen und Experten. Die Bewertung dieser Folgen, das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Folgen, Folgen, Abschätzung, davon ist in der Politik zu Recht viel wie Rede. Noch einmal, die Experten müssen sagen, was sind die Folgen, die potenziellen Folgen, aber die Gesellschaft muss bewerten, was sie für nützlich hält, was einen Mehrwert bringt und was eben nicht. Und genau in diesem Spannungsfeld sehe ich die Karlsruher Gespräche. Hier gibt es einen Dialog zwischen Kultur, zwischen Wirtschaft, zwischen Politik, Wissenschaft und Medien über Themen dieser Art. Wir sollten uns verständigen, welche Folgen die künstlich-intelligente Stadt hat und sollten das einer Bewertung unterziehen. Insofern bin ich sehr gespannt auf den heutigen Abend. Ich darf mich ganz kurz dem schon genannten Dank an die Unterstützer anschließen, an die L-Bank, die das mit ermöglicht, an das ZAK, das das alles hier veranstaltet. Frau Melcher ist schon genannt worden und natürlich muss ich namentlich nennen und hervorheben, Frau Prof. Carolin Robertson von Drota. Ohne Sie gäbe es, ohne Ihr Engagement, ohne Ihre Klugheit bei der Themenwahl gäbe es diesen Abend nicht. Also namens der Stadt Karlsruhe Ihnen und Ihrem ganzen Team ganz herzlichen Dank. Insofern wünsche ich dem Abend einen guten Verlauf, bin jetzt sehr gespannt auf die Beiträge und nachher auf die Begegnung mit Ihnen. Herzlichen Dank und noch einmal ganz herzlich willkommen im Namen der Stadt Karlsruhe. Die 22. Karlsruher Gespräche, die künstlich intelligente Stadt, thematisieren die Chancen und Herausforderungen der neuen Smart Cities. Doch was ist eigentlich eine intelligente Stadt? Welche Merkmale muss sie haben? Gibt es gute und schlechte Beispiele hierzu? Mit diesen und weiteren Fragen gehen wir auf Karlsruherinnen und Karlsruhe zu und suchen nach Antworten und Einschätzungen. Eine intelligente Stadt ist ein Organismus. Ein Organismus, das funktioniert. Und Intelligenz steckt eigentlich daran, dass Dinge einfach von selbst funktionieren. Wir denken gar nicht daran, wie ein Organismus funktioniert, solange wir keine Probleme haben. Das heißt, einfach ausgedruckt, eine intelligente Stadt ist ein gut funktionierendes Organismus. Intelligenz ist ja zunächst mal eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Daher stammt das Wort. Hat mit abstraktem Denken zu tun und auch mit Vernunft. Insofern ist für mich zunächst mal eine intelligente Stadt eine menschliche Stadt, eine zutiefst menschliche Stadt. Smart City allerdings als Planungsziel zu erheben und eine sozusagen bloße Smart City wäre ein ähnliches Monstrum oder würde ein ähnliches Monstrum gebären wie jetzt die autogerechte Stadt in den 60er Jahren. Die drängendsten Probleme auf dem Weg zu einer intelligenten Stadt sind für mich die, dass zuerst mal versucht wird, den Status quo mit Hilfe vom Einsatz von Technologie und Daten zu verändern, zu verbessern. Was mir hierbei oft missfällt, beziehungsweise was ich nur teilweise schwer erkennen kann, ist tatsächlich der Gesamtfahrplan für etwas. Für mich ist eine Smart City nicht der Beginn damit, dass man eine Straßenbahn mit WLAN durch die Stadt fahren lässt, sondern dass man ein Gesamtkonzept hat für das urbane Zusammenleben. Menschen, die im Kontext Stadt leben. Ich sehe das Problem darin, dass ich zwar Stadt in Verbindung mit teilweise Forschung und Wirtschaft, dass die bedingt gut miteinander zusammenarbeiten, aber spätestens mit diesem normalen Bürger und den Bedürfnissen, die die haben, nur sehr schlecht zusammenarbeiten. Aber die sind eben diese Stadt. Die machen das Stadtleben aus. Das ist auch die Intelligenz, die eine Stadt tatsächlich hat. Was wir natürlich aus dem Reparaturcafé auch sehen, ist, dass Elektronikprodukte zunehmend anfällig sind für irgendwelche Funktionseinbußen, dass sie schnell kaputt gehen können. Und desto smarter die Stadt ist, desto abhängiger ist man natürlich auch von diesen anfälligen Technologien. Und da muss man ein bisschen schauen, wollen wir das, ist das an allen Stellen sinnvoll. Die intelligente Stadt gibt agile, offene, kreative Antworten auf die Anforderungen der Bürger und bietet Arbeits- und Wirtschaftsraum in einem, der den Zukunftsansprüchen genügt. Das heißt, die Teilung zwischen Arbeiten und Leben und Wohnen entfällt. Die Umsetzung der künstlichen Intelligenz in der modernen Stadt ist ein sehr langsamer, unsichtbarer Prozess. Das heißt, diese neuen Technologien werden als Ebene in die Problemlösungen eingebaut, um eben im Bereich des autonomen Fahrens oder auch des Smart-Quids hier optimale Lösungen zu entwickeln. Für den Bürger bleibt es ganz weitgehend unsichtbar. Also ich sehe sehr viel mehr Chancen in dieser Digitalisierung, weil sie gibt uns einfach die Möglichkeiten an die Hand, sehr schnell zu Lösungen zu kommen. Wichtig ist aber, dass immer wieder der Mensch im Vordergrund steht und wir empathische Lösungen, gerade bei der Gestaltung von Freiflächen, von öffentlichen Räumen, die für uns die wichtigsten Begegnungsräume sind, eben nicht aus dem Blick verlieren. Es gibt ganz andere Probleme, die uns beschäftigen, die starke Vereinsamung auch der älteren Menschen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, in der Stadtplanung Begegnungsräume zu schaffen, die eben genau diese Defizite ausgleichen. Wir sprechen von der Stadt, der fünf Minuten Erreichbarkeit aller wichtigen Einrichtungen. Und in diesem Austausch kann überhaupt nur ein gemeinsames Leben im Quartier stattfinden. Das ist uns wichtig. Ich bin sehr, sehr positiv eingestimmt und ich sehe eigentlich die enorme Chancen, die vor uns stehen, wenn sich die Stadtverwaltung, die Stadtdienste wirklich auf Digitalisierung einsetzen. Ich bin sehr, sehr wichtig. 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 Ich bin sehr, sehr wichtig.